Heute animieren wir ein bisschen Text, also los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen! Heute geht es wie gesagt darum, Typing zu animieren. Was heißt, wie können wir dafür sorgen, dass ein Text so eingeblendet wird, dass er aussieht wie Typing? Das Ganze ist ziemlich simpel und werden wir heute mit einer Library lösen. Wir haben in der Vergangenheit, wie schon viele von euch wahrscheinlich wissen, immer wieder was mit Typing gemacht, mit Bouncing, Type-Animation, mit JavaScript und jQuery, aber auch mit CSS und so weiter. Und das ist heute mal ein bisschen was anderes. Es ist sehr, sehr simpel, ist aber ein toller Effekt und vielleicht für den einen oder anderen und seine Portfolio-Webseite ein ganz nettes Gimmick. Deswegen legen wir direkt los. Also viel Spaß und auf geht's! So und los geht's! Hier seht ihr schon unser fertiges Produkt, was heißt die kleine Animation, die wir heute bauen werden. Das Ganze ist ziemlich cool, nicht sonderlich schwer und geht innerhalb von einigen wenigen Minuten. Und wie gesagt, erstmal drei kleine Infos. Nummer eins, der wichtigste. Und in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu der Live-Demo. Und dort seht ihr genau das. Alles, was wir in diesem Video schreiben, ist dort nochmal verlinkt und ihr könnt es live betrachten und auseinandernehmen. Punkt Nummer zwei. Da findet ihr auch einen Link in der Videobeschreibung natürlich zu der Entwicklungsumgebung, die wir in diesem Video nutzen. Das Ganze ist relativ komplex und ich gehe in diesem Video nicht darauf ein. Deswegen schaut vorbei, wenn ihr neu auf diesem Channel seid. Und ihr findet natürlich auch unten in der Videobeschreibung alle anderen Links, wie zum Beispiel auch zu Discord, falls ihr tief vergehende Fragen habt. Hierzu blendet ihr jetzt wahrscheinlich auch ein kleines Overlay in diesem Video ein. Aber grundsätzlich, was machen wir? Wir machen heute im Prinzip nur, dass dieser Text, der hier drinsteht, erscheint und so tippt. Das Ganze ist sehr simpel und dafür nutzen wir eine JavaScript-Library. Diese Library müssen wir als erstes installieren. Diese heißt, also wir geben jetzt einfach ein npm install type.js in die Konsole, einfach in unseren Packet-Manager und installieren das. Alternativ könnt ihr auch einfach über die Webseite, die unten in der Videobeschreibung verlinkt ist, die JavaScript-Datei minifiziert runterladen. Ich würde es mit dem Packet-Manager machen, nach meiner Entwicklungsumgebung mehr oder weniger. So, aber genug geredet. Machen wir jetzt erstmal das hier ein bisschen kleiner und gucken uns an, was wir jetzt bisher so gemacht haben. Mehr oder weniger haben wir aktuell nur einen leeren Hintergrund, weil in unserer Function.js steht noch nichts drin. In unserer SAS-Datei steht schon ein bisschen was drin, nämlich wir haben die Farben vergeben. Ich habe hier schon mal ein bisschen Größen gemacht, dass der Body und HTML über die ganze Seite geht, dass die Marginal und Padding richtig angepasst werden und dass hier der Hintergrund schon mal unsere Farbe erhält und natürlich hier Fonts heißt 10 Pixel, damit wir später RAM benutzen können. In unserer Index ist mehr oder weniger alles Plain, ganz normaler Index HTML. Hier haben wir eine CSS-Datei, eine minifizierte, hier haben wir eine minifizierte JavaScript-Datei und hier habe ich Google Fonts verlinkt. Das heißt, hier haben wir auch nicht sonderlich viel. Aber das müssen wir jetzt ändern. Und zwar kopiere ich mir jetzt einfach als erstes hier mal einen kleinen Abschnitt HTML rein. Und zwar ist das alles, was wir heute brauchen. Das heißt, wir haben einmal einen Container, der die ganze Seite umfasst später. Dann haben wir einen zweiten Div-Container mit der Klasse Headline. Das wird später im Prinzip alles, was hier drin steht. Dann haben wir hier einen Div-Container, das ist im Prinzip die erste Zeile. Dann haben wir einen zweiten Div-Container, das ist die zweite und dritte Zeile. Und dann haben wir hier unten einen vierten Div-Container. Hier steht dann das drin und da passiert auch der interessante Quatsch. Und der passiert nämlich ausschließlich... Ups, das wollte ich nicht. Und der passiert nämlich ausschließlich in diesem Span-Container. Das heißt, später werden wir mit JavaScript diese ID ansprechen und sagen, dass hier drin irgendwas steht. Das heißt, alles, was die Klasse Type Animation betrifft, ist mehr oder weniger, wie das hier drin aussieht. Das heißt, hier diese Klasse nutzen wir ausschließlich zum Stylen und diese ID sprechen wir später mit JavaScript gezielt an. Okay, wenn wir das Ganze jetzt abspeichern und hier mal das öffnen, sehen wir hier oben schon, es steht schon ein bisschen was hier drin. Das heißt, man hat hier schon ganz klein was, aber wir wollen das ja nicht so klein, sondern wir wollen das Ganze ein bisschen größer haben. Das heißt, als erstes sagen wir hier, wir wollen das Ganze mal zentrieren. Dazu sagen wir, die Klasse Wrap wollen wir ansprechen, sagen hier Display Flex, Flex Flow Column, was heißt, wir wollen das alles zentriert in der Mitte. Dann sagen wir Justify Items Center, was heißt, wir wollen das einfach hier in der Mitte ausrichten und mit Höhe und Weite, also Wiss und Height 100%. Das heißt, das speichern wir jetzt ab und damit steht das schon hier in der Mitte. Allerdings ist schwarz auf so einem dunklen Blau natürlich schwer zu lesen und deswegen ändern wir das jetzt als erstes und sagen, okay, innerhalb unseres Wraps Containers haben wir ja eine Headline, die kopiere ich mir auch mal eben rein und sage hier, die kriegt Position Relative. Das ist später wichtig, damit wir diese beiden Balken hier positionieren können. Dann sagen wir Weite 90%, die maximale Weite sind 45 Rem, in dem Moment sind es halt 450 Pixel, Schriftfarbe ist standardmäßig weiß und die Schriftfamilie ist Roboto. Das Ganze speichern wir jetzt mal ab und wir haben jetzt hier schon mal wunderbar eine weiße Schrift. Natürlich reicht das nicht aus, wir wollen das noch ein bisschen besser aufteilen. Was heißt das erstes, was wir machen, hier drin haben wir ebenfalls die Klasse Small, das kriegt die Schriftgröße 1.2, wird orange, dann kriegt es die Dicke 700, was heißt, es wird auch im Prinzip bold, Text uppercase, was heißt, es wird groß geschrieben, line heißt 1erm und ein bisschen Abstand nach unten. Das Ganze speichern wir jetzt ab und damit haben wir Servus komplett fertig gestylt. Das nächste, was wir machen, ist, wir sagen hier, ups, einfach unser Normal, das speichern wir rein, ist ebenfalls so, bis auf, dass wir hier halt keine Schriftfarbe vergeben, damit es der weiß und wir sagen, das Ganze ist ein Stück größer und hat auch ein bisschen größeren Abstand zueinander. Das ist ganz nett und das nächste, was wir sagen, zusätzlich ist halt zwei kleine Punkte und zwar so, zack, und zwar sagen wir hier einmal before muss hier rein und davor ist Doppelpunkt after und hier steht im Prinzip einfach nur diese beiden weißen Boxen, die hier stehen. Das sind Pseudo-Elemente, dazu habe ich ein Video gemacht, müsst ihr auf meinen Channel gucken, da steht das, wie die funktionieren. Das Wichtige ist im Prinzip hier, das habe ich in vielen Videos noch nicht gemacht, weil viel ist irgendwie verwirrt, ich weiß gar nicht, warum, ist gar nicht so schwer und zwar sagen wir, wir haben Headline und zusätzlich, statt, dass wir das so schreiben im Prinzip, ups, einmal so runter, statt, dass wir das so schreiben, können wir in SAS auch einfach ein und schreiben und erschaffen, dass damit selbst das Schöne ist, dann können wir nämlich hier beispielsweise sagen, wir haben Headline dicht und hier drin steht dann alles, was zu Headline gehört sozusagen. Interessant ist das hier eigentlich nicht, wie gesagt, sind nur diese beiden Balken, wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, dann haben wir hier unsere beiden Balken verlinkt sozusagen und können damit wunderbar später weitermachen. Im Prinzip haben wir jetzt unseren CSS-Part geschafft und jetzt fehlt noch die Animation. Wir haben ja zu Beginn eine JavaScript-Library installiert, das heißt, wir haben ja Type.js installiert, das heißt, die erste Handlung, die wir in Java haben, JavaScript in unserer Function.js machen, ist, wir wollen das Ganze hier mit, ich mache mal ein bisschen größer, wir wollen das Ganze hier mit Import Typed from Type.js, einfach aus unserer Modul-Bibliothek hinzufügen. Das nächste, was wir brauchen ist, wir brauchen eine neue Variable, die nennen wir Typed. So, Typed gleich, sagen wir New und hier haben wir ja schon unseren Beispiel, was heißt New Typed und jetzt sagen wir Klammer auf, Klammer zu. Hier machen wir ebenfalls, wollen wir jetzt ja unseren Span ansprechen, den wir hier unten haben, was heißt, ich kopiere mir mal den Namen des Spans raus, kopiere den hier rein, mit der Raute können wir den jetzt ansprechen, das heißt, wir sagen, okay, in diesem Span wollen wir jetzt unsere Animation durchführen und das können wir ganz einfach hier übergeben, das heißt, wir schaffen uns jetzt hier mit geschweiften Klammern so einen neuen, ja, im Prinzip Daten-Array und hier sagen wir als erstes, wir haben Strings, Ups, Strings, so, mit eckigen Klammern. Was heißt, hier drin steht jetzt später das, was wir in unseren Text schreiben wollen. Als Beispiel können wir jetzt sagen, das, was ich halt hatte, Designer, Ups, Komma, dann nächstes, das nächste Wort, Coder, Komma, und das nächste Wort ist Videomaker. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und hier aktualisiere, seht ihr schon, es steht hier schon drin, es wird aber unfassbar schnell animiert, was heißt, das Ganze sollen wir mal ein bisschen verändern, das können wir mit Type, Speed, Doppelpunkt und hier sagen wir einfach 80. Wenn ich das Ganze jetzt speichere und es aktualisiert, dann seht ihr schon, das ist deutlich langsamer. Wir können das natürlich auch noch viel langsamer machen, sagen wir auch 100, 150, jetzt ist das Ganze wirklich ermüden sozusagen, also ich persönlich finde so ein Tempo von 80, 85 ganz gut, das ist so eine normale Geschwindigkeit, dass man diese Type-Animation noch sieht, aber es ist nicht so langsam, dass man ewig auf alles wartet. Das nächste, was ich ganz wichtig finde, ist, dass man nämlich ein Backdelay gibt und das ist mehr oder weniger einfach nur die Zeit, die der verweilt am Ende von dem Wort, bis er das nächste Wort beginnt. Das heißt, wenn ich jetzt hier 5 eingebe, dann schreibt er das durch und springt direkt wieder zurück, weil wir nur 5 Millisekunden warten, deswegen finde ich hier so 1000 oder 750 ganz interessant, je nachdem, wie lang das ist, was ihr schreibt. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Außerdem, als drittes brauchen wir jetzt sozusagen noch eine Loop, die sagen wir einfach ist true, standardmäßig ist die false und so springt das jetzt jedes Mal wieder zurück. Das heißt, wenn das durch ist, jetzt mit Videomaker, springt es wieder zurück und ist damit wieder am Anfang. Das heißt, wir haben jetzt hier so ein bisschen Coding mehr oder weniger diesen Effekt erzielt, der, wenn man den selbst bauen würde, ganz schön viel Arbeit in Anspruch nimmt. Aber wir können das Ganze noch ein bisschen verschönern und zwar können wir jetzt auch sagen, okay, wir wollen noch was zusätzliches machen und zwar wollen wir hier sagen, in unserem Normal-Klasse, wenn da eine Klasse ist namens Type Animation, dann soll das Ganze fett gedruckt werden und in dem Moment sind wir am Ende unseres Videos und wir haben jetzt eine kleine Type Animation gebaut innerhalb von einigen wenigen Minuten, die ich finde ziemlich cool ist und einfach so ein kleines Eyecatcher-Gimmick-Feature auf jeder Webseite darstellen könnte. Man darf vielleicht nicht so viel damit machen, sonst wird es vielleicht ein bisschen störend. Grundsätzlich hoffe ich euch, dass es das Video euch gefallen hat natürlich. Wenn ihr Fragen, Probleme habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr Links zu Discord, Facebook, Amazon, falls ihr diesen Channel unterstützen möchtet. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.